Sheriff Bradford erlitt heute einen Herzinfarkt. Sie sind der neue Sheriff von Los Angeles County. Wollen Sie mich verarschen? Ich bin kein Politiker. Das ist keine Aufgabe für einen Richter, sondern für einen Kopf. Sie könnten wirklich etwas verändern. Seine Stadt. Diese Behörde hat vergessen, was zählt. Zu viele Schreitestäter und zu wenige Arschtäter. Seine Regeln. Was zur Hölle macht er? Die neue Serie Deputy Einsatz Los Angeles. Ab 1. April 21 Uhr auf 13th Street.